Dann geht das. Alter, diese Hexen. Gestört. Absolut gestört hier. Und irgendwie wollte ich jetzt die ganzen Aufnahmen lang die Folgen, äh, die Folgen. Die Folgen lang hier den Tunnel graben, aber es ist nicht so toll. Irgendwie nicht. So. Würde aber echt mal interessieren, wie schnell man da eigentlich dann ist, wenn man diesen Hängegleiter da hat. Würde mich echt interessieren. Knall ihn ab. War mir irgendwie klar, dass das nichts wird. Irgendwie schon. Aber naja. Was soll's. Ah, ist das weit hier, Mensch, ne? Wird auf jeden Fall witzig, wenn das hier ganz, wenn das hier alles fertig ist. Das wird witzig, sag ich euch. Witzig, sag ich euch. So. Es hört irgendwie gar nicht auf, kann das sein? Irgendwie geht das weiter die ganze Zeit und ich komme irgendwie nicht ans Ziel. Ah, da vorne bin ich ja jetzt endlich. Kann ich mal die Funktion von diesem Reservoir, oder wie das heißt, zeigen. Ich brauche jetzt natürlich flinke Finger. Und dann müsste eigentlich... Also... Das war's schon. Und ich habe jetzt... 31 Eimer da drin. So, was kann man denn wegschmeißen? Das kann weg. 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 Und die anderen mache ich in meinen... Ich will nämlich nicht, dass er die kondenst, weißt du. Und deshalb mache ich die da rein und den Rest nicht. Und jetzt brauche ich wieder Löcke zum Platzieren. Was war denn das für ein Geräusch jetzt gerade? War das nur bei mir, oder? Ahnung, wahrscheinlich klingelt schon mein Kopf, Alter. So, Sekunde. Ich muss hier gerade mal ein bisschen leiser machen bei mir. Aber jetzt werde ich hier noch schwerhörig. Jetzt bin ich Taubmann 77 und nicht mehr Milchmann 77. Aber das ist ja eigentlich auch nicht schlecht dann. Also... Bin ich zu langsam, oder was? Sieht ganz danach aus, als wäre ich zu langsam dafür. Ob ich zu langsam bin? Ich brauche tatsächlich die Pumpe dafür. Was willst du denn jetzt hier? Geht mal jetzt hier weg. Keiner will euch hier haben. Verpisst euch hier, Mann. Kann ich denn... ...so machen? Und so machen? Ich habe die Pumpe nicht mehr im Inventar. Kann das sein? Okay. Jetzt geht wieder los. Die Vergesslichkeit geht wieder so hart. Wo ist das Schwert? Und geht das Schwert hier eigentlich immer raus? Komm, ich versuche es jetzt nochmal. Kann es doch nicht sein, dass ich zu langsam bin. Okay, jetzt hat es geklappt. Und da hinten ist das Ende. Und da hinten ist das Ende. Ich kann mich da Pedagogik mit Wasser zumachen. Mich verarschen. Das glaube ich jetzt gerade gar nicht. Das heißt, ich kann jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Also eigentlich jetzt, wenn du richtig bist Holy shit 800 Meter Ich darf jetzt nichts falsch machen hier Und ich habe schon was falsch gemacht Natürlich ist hier wieder Wasser Das ist doch... Mann, 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 Mann Und jetzt Ich muss auf diesen Sand blockieren So Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig okay Bin sehr vorsichtig, wie man sieht Genau, ich renne ja nur mit voller Geschwindigkeit durch Bin sehr vorsichtig Blablabla Ich will wenigstens die 600 Meter hier noch machen Sieht gut aus aber eigentlich, oder? Von der Mündigkeit her Keine Ahnung Ach, ich kann nicht mehr rennen, weil ich Hunger habe Okay Ach, jetzt gerade schon, ich habe nichts mehr zu essen Aber natürlich habe ich was zu essen da Das macht halt auch ganz schön hungrig hier Ja, wieder ein Huhn Die sind über mir Okay, da brauche ich ja nicht suchen Ein Höhlenhuhn Jetzt ist es ein Höhlenhuhn Ich hätte diese Tunnel einfach tiefer graben sollen Dann wäre das einfach tausendmal gemütlicher gewesen Bei 9, 5, 9, 60 Müsste dann hier sein, oder? Ja Alles haben wir jetzt auch wieder genug Genügend genug Und Gold haben wir hier auch Das brauche ich auf jeden Fall Ja Ich bin da ja Und wir sind aus dem Wald draußen Das heißt, theoretisch gibt es hier weniger Sehen, kann das sein? Ich nehme alles zurück Gibt es ja diese komischen unterirdischen Höhlen hier mit Wasser gefüllt Höhlen hier mit Wasser gefüllt Kann ich eigentlich auch? Warte mal Will Sack Aufräumen hier Aufräumen hier Das war es doch So Wenn wir schauen, was wir mehr